Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Caro. Ich zeige euch heute zwei brandneue Kostüme von uns. Zum einen den Virusanzug zum Reinschlupfen. Riesengroß. Hier vorne sind zwei Schlitze, wo man die Arme durchstecken kann. Dazu noch die passende Maske. Bösartig und grimmig. Dann natürlich das Gegenstück, den Virenschutzanzug. Schön grell, schön auffällig. Einen Mund-Nasen-Prumm. Die cooleren Varianten. Back-Corona. Bei uns im Shop. Stöbert auf jeden Fall, es lohnt sich. Natürlich gibt's auch heute wieder das Endergebnis und das seht ihr jetzt. Seht ihr jetzt! Erst! Vielen Dank.